Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf der Adventure Map von Sabo LP. Ja, also den ersten Schritt beginne ich direkt mal mit Musik anmachen. Und der zweite Schritt direkt ins Bett gehen, weil es ist Nacht. Gut, ich spiele schon wieder ohne Texte-Fact, weil das Update ja rauskam. Deswegen, dieses Hin und Her, sag ich mal, entschuldige ich mich einfach mal. Ich weiß nicht, ob es euch stört oder nicht, ist mir egal. Gut, wir hatten angefangen das Haus zu bauen und mir ist aufgefallen, dass wir die rote Wolle, das wir für das Dach oder die Decke benutzt hatten, wo auch der schöne Creeper draufsteht, dass wir das vielleicht für einen Leuchtturm brauchen später, weil woher sollen wir auch die Wolle bekommen für einen Leuchtturm? Und ein Leuchtturm sollte mal bunt sein. Und das, wenn wir den Leuchtturm bauen, die Wolle einfach austauschen. Ja, genau. Also, ja, ich spiele auf 1.3. Ich glaube, kann man das irgendwo sehen? Kann man das hier sehen? Ja, da oben links. Ich wollte da schon so hinken. Genau. Gut, ähm, das Haus dürfte eigentlich gebaut sein. Ja, creepy, hallo, creepy. Äh, habe ich ein Schwert? Scheiße. Ich glaube nicht. Egal. Machen wir es schon mit. Na gut, dann bauen wir mal das Bett ab und machen es ins neue Haus. Ins viel coolere Haus als das. Das sieht ja sowas von voll doof aus. Hier, das sieht doch viel besser aus. Schaut doch selbst hin, ja. Aber ich habe noch gar kein... Dingens, äh, äh, Optifine installiert. Deswegen konnte ich nicht ranzoomen eben. Ja, das Bett bauen wir mal schön ab. Und nehmen es miet. Gut. Hm, das kommt, das kommt, das kommt. Hier ist schön ein Run. So. Nett, nett. Mit Aussicht auf Creepern. Na, los, geht zu. Uah. Mhm. Ja, äh, soll ich sagen, das Haus ist fertig? Na ja, okay. Er ist fertig. Da ich mir die ganzen Missionen nicht merken kann, laufe ich nochmal ins Haus und schaue mir das Board an. Haus aus Steinbauen haben wir geschafft. Das könnten wir eigentlich wegmachen, machen wir aber nicht. Hm, eine Melonenpontage bauen. Äh, okay. Ich habe gerade aus Versehen eine Nachricht auf Skype bekommen. Ich mache das mal kurz weg. Sorry. Tut mir leid. Ich glaube, ich mache mich mal schnell auf. Beschäftigt. So, und schon geht es sofort weiter. Eine Melonenplantage bauen. Habe ich Melonensamen direkt bekommen? Oder muss ich jetzt wirklich Minen gehen und so ein Scheiß... Entschuldigung. So ein... Ähm, Ding an das Mine finden. Och, bitte sag, ich habe schon Melonensamen. Nein! Okay. Ganz ruhig. Dann... Ja, ich habe doch Eisen nicht mehr. Für was habe ich das denn aufgebraucht? Oh mein Gott, ach doch, das ist da drin. So. Jopp, jopp. Hm. Hm. Ach ne, ach ne. Ganz ruhig. Ich mache mir jetzt eine Eisenspitzhacke. Ja. Und ein Eisenschwert. Ja. Gut. Dann könnte ich eigentlich die Spitzhacke direkt dort lassen. Also meine alte Steinspitzhacke, wo ist denn die? Hm. Rein mit dir. Kohle können wir immer gebrauchen, das jetzt nicht. Denn wir gehen jetzt auf, ähm, Minensuche. Ja. Das lasse ich alles hier. Wichtig. Das ist auch noch hier, brauche ich nicht. Essen. 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 Apropos Essen. Hm. Hm. Nicht, ich spiele. Hm, hm, hm. Bogen, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier kommt er an erste Stelle. Die Axt brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Schwarzpulver brauchen wir auch nicht. Rot nehme ich mal nach hinten. So. Eine Schaufel. Ja. Die machen wir uns auch noch schnell. Tada. So, das nehme ich trotzdem mal mit. Einfach so. Eben nicht. Ähm. Schere brauche ich nicht. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Haha. Die Stöcker nehme ich auch mit. Und daraus mache ich jetzt mal schnell Fackeln. Pam. Ich brauche mehr. Äh. Dürfte für den Anfang reichen. Das war ein Scherz. Wird ganz bestimmt nicht reichen. Gut. Eisen nehme ich mal mit. Pfeile, ja. Holz habe ich genug. Essen. Ja. Das bekannte Essen. Was mache ich damit? Wie läuft's hier? Hm. Ja, okay. Ich würde sagen, ich brauche mehr Essen. Also brauche ich auch eine größere Farm. Also auch... Das ist ja immer noch da. Also auch... Naja, entweder Geduld oder... Cheaten. Ich entscheide mich für Cheaten. Wenn man es Cheaten nennen kann. Einfach... Ein Update für Ungeduldige. So. Tada. Äh, ja. Dann nehmen wir das mal kurz. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Machen das Zeug wieder hin. Jo, neun Weizen. Damit kann man ja ordentlich was anfangen. Ja. Ähm. Ähm. Genau. Schlau. Drei Brote. Wird auf jeden Fall auch nicht reichen. Ja, was machen wir denn da? Soll ich das jetzt alles aufgeben... Äh, aufbrauchen? Na gut. Hm. 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 Oh, scheiße. Äh, äh, schnell, 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 ja. Äh, hab ich eine Hole dabei? Nein, hab ich nicht. So, schnell, 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 so. Ja, ich wiederhole das jetzt noch zweimal und dann können wir's lassen. Nein, 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 nein. Ja, das ist jetzt das letzte Mal. Oh, kacke. Dankeschön, lieber Samen. Dankeschön, liebes Beet. Dankeschön, Gott. Gut, dann mach ich mal das unnütze Zeug wieder in die Truhe. So, ein bisschen Weizen haben wir jetzt auch. Ich prahle damit. Und rein. So. 13 Brote dürften reichen. Ja, hallo, Creeper. Ein bisschen ausleuchten. Und dann wird er mal schnell eliminiert. Ja, die Musik passt doch wundervoll. Wir gehen auf große Jagd. In den Untergrund. Und suche in Melonensamen. Verfolgt mich auf Facebook. Unter dem Namen der Sucher. Hoffentlich gibt's das nicht schon. Ja, klasse, Jonas. Also, buddeln wir uns erst mal ein bisschen runter. Und dann suchen wir fröhlich und gut gestimmt und gut getrimmt nach... Mensch, nicht so viel Eisen. Nach einem Canyon, wo dann meist auch die Minen folgen. Oder direkt nach einer Minen. Was soll man schon groß erzählen beim Abbauen? Stein. 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 Stein ist in diesem Fall viereckig, hat viele graue Farbtöne aus 16x16 Pixeln. Diese Pixel kann man allerdings verändern. Gucken Sie dabei auf ein neues Video in unserem Kanal. Nein, so eins haben wir noch nicht.